Rikki Baker, Rikki Baker, Rikki Baker, Rikki Baker, Rikki Baker, Rikki Baker, Rikki Baker. Hallo beim Impulssender, heute mit Jan. Hallo und mit Tim. Ja, das war's auch schon. Ja, wir sind quasi die Leftovers. Genau, die vom Essen übrig gebliebenen, weil uns wurde abgesagt von allen sonst. Wie es so ist, hat einer abgesagt, dann der andere, ja übrigens, ich kann auch nicht. Und dann Nummer drei, also bis um sieben bin ich nicht zu Hause. Ich weiß nicht mal, ob ich heute zu Hause bin. Wegen Streik. GDL. Und da haben wir uns gedacht. Wir machen nix. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm. Fick die alle. Oder wir machen, okay, jetzt sind wir schon explicit. Schon lange. Wir machen es einfach zu zweit. Das ist keine Premiere. Ich habe nicht recherchiert, aber ich bin mir sicher, wir haben schon mal eine Zahlensender-Folge zusammen gemacht, wo auch alle kurzfristig abgesagt hatten. Ich finde sie aber so schnell nicht. Aber ich bin mir sehr sicher. Haben bestimmt aufmerksame ZuhörerInnen, die es uns dann in die Kommentare schreiben. Bestimmt. Ja, garantiert. Leider kann man das so schnell im Archiv nicht sehen. Doch, 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 doch. Man sieht das im Archiv. Da kann man ja die Zahlen durchscrollen. Und dann sieht man ja, wie viele Leute dabei waren. Das geht ganz schnell. Das habe ich gleich. Da. Haha. Blut aus dem Ohr. Nämlich mit Angst. Und mir. Knapp 90 Tage sind seit dem Absturz vergangen. In der Folge Tag der Empfängnis oder DOC wird Sun misstrauisch. Nachdem Jack sie überfürsörglich wegen ihrer Schwangerschaft aussragt. Zusammen mit Juliet begibt sie sich daher in die Stabstation. Gleichzeitig kämpfen Desmond, Hurley Chin und Charlie im Dschungel um das Leben der verletzten Fallschirmspringerin. Hm. Ich erinnere mich dunkel. Es gibt eine Fallschirmspringerin bei Rust. Ja, die ist doch, irgendwann ist die auf die Insel gesprungen im Zusammenhang mit dem Frachter, glaube ich. Äh, keine Ahnung. Ist ja auch schon von 14. Februar 2015. Also ist schon ein bisschen her. Wir haben die Folge auch so mittelmäßig bewertet. Du eine 15, ich eine 16. Wie war es? 4, 8, 15, 16, 32, nee. 23. Und 42. Genau. Deine letzten Worte waren coole Sau. Nee, das waren meine letzten Worte. Und deine letzten Worte waren TDE. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Weißt du, was es bedeutet? Ich weiß noch nicht mal, was TDI heißt. Okay. Und das steht auf meinem Auto drauf. Dann wird das bestimmt nur aus der Folge ersichtlich. Fangen wir an und gehen zu was folglich anderem. Eine Buchverfilmung. Genau. Es ging nämlich nur darum, dass wir ja schon mal eine Folge zusammen aufgenommen haben. Und jetzt, was ist denn das für ein Buch? Da fragst du mich was. Ich habe keine Ahnung, was für ein Buch ist es. Ich weiß nur, dass es eine Buchverfilmung ist. Oder nach einem Buch geschrieben. Also das Drehbuch wurde nach einem Roman, nehme ich mal, angeschrieben. Wild Pork on Watercress, heißt der, von Barry Crump. Nicht Trump, Crump. Ja, der Film heißt aber ein bisschen anders. Heißt Hunt for the Wilder People. Oder Wilder People. Wilder People, oder? Das kommt darauf an, welchen Akzent aus Neuseeland man freundt. Dem mehr ländlichen oder dem städtischen? Ei. Ich habe keine Ahnung. Ei. Das war kanadisch, oder? Möglich. Ja, ein Film aus dem Jahre 2016. Gedreht und geschrieben. Also diesmal das Drehbuch von Taika Waititi. Den man wahrscheinlich aus Filmen aus und von Filmen kennt. Denn der spielt auch gerne in seinen eigenen Filmen mit. Wie Thor Ragnarok oder Jojo Rabbit. Das ist, glaube ich, sein letzter Film, den er jetzt gemacht hat. Soll ja jetzt auch Star Wars Filme machen dürfen. Einige der zukünftigen. Oder einen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch in Star Wars involviert sein. Und ich bin ein ziemlicher Fan seiner Werke. Zum Beispiel ist Thor Ragnarok so ziemlich der einzige Marvel-Film, den ich wirklich gut finde. Weil sonst geben die mir nicht so viel. Und Jojo Rabbit habe ich leider noch nicht gesehen. Aber sein Werk vor Hunt for the Wilder People, nämlich What We Do in the Shadows, also ein Film über so eine Vampir-WG in Neuseeland. Absolut großartiger Film. Ich kenne auch Jojo Rabbit nicht, aber wollte noch sagen, dass der ziemlich abgeräumt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, bei den Oscars. Also der hat zumindest einen Oscar dafür gewonnen, glaube ich. Und der hat auch noch irgendwie BAFTA Award und sowas auch dafür gewonnen. Also auf jeden Fall Academy Award für Two Cars One Night. Das war ein Kurzfilm im Jahr 2005. Ah doch, da steht es ja sogar. Ein groß und für mich sichtbar. Hat einen Oscar tatsächlich gewonnen, Jojo Rabbit. Genau, für Two Cars One Nights war er nominiert, für Jojo Rabbit, den hat er gewonnen. Und hat da auch noch AACT International Awards, also Australian Academy Awards und die British, also die BAFTA British Academy Awards, hat er auch für Jojo Rabbit gewonnen. Also damit hat er richtig abgeräumt. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. War nominiert für sechs Oscars tatsächlich, hat einen davon gekriegt. Für das beste Adapted Screenplay. Genau. Das ist das beste Drehbuch, oder? Ja, würde ich sagen. Das ist so ein Allrounder, oder? Der führt Regie, macht auch Drehbücher und ist auch Schauspieler. Also in dem neuesten Film von Ryan Reynolds, dem Film Free Guy, da spielt er auch den Bösewicht. Und hatte der nicht hier auch eine Cameo-Rolle? Ich dachte, ich dachte, der Priester wäre das, oder habe ich das? Genau. Doch, weil ich habe es im Abspann nicht gesehen. War mir aber eigentlich sicher, da ist das. Genau, und auch eine große, also eine sehr wichtige kleine Rolle in dem Film. Und auch genau an der richtigen Stelle. Aber das können wir ja besprechen, wenn wir in den Film reintauchen. Genau, du hast ja schon gesagt, das ist nämlich ein Buch, eine Buchverfilmung. Und was hat ein Buch? Ich dachte, du sagst jetzt Seiten. Ja, habe ich kurz überlegt. Einen Deckel. Einen Rücken. Einen ISBN-Code. Nein, Kapitel war schon richtig. Und deswegen haben wir gedacht, da der Film nämlich auch in Kapitel aufgeteilt ist und das dem Film schon eine schöne Struktur so gibt, versuchen wir das mal, uns so ein bisschen an diese Kapitel zu halten und dann auch die Kapitelmarken im Podcast darauf anzupassen. Das ist so fortschrittlich. Ich liebe Podcasts mit Kapitelmarken und da gehören wir dazu. Ich meine, haben wir ja häufiger. Wir haben immer Kapitelmarken, seit 2013. Da siehst du mal, wie häufig ich uns höre. Meine Güte. Gut. Bevor wir zu den Kapiteln kommen, aber doch noch mal ein bisschen was zur Produktion oder zu anderen Schauspielern. Ich glaube aber, ja, zu anderen Schauspielern vor allem, zu anderem Cast und Mitbeteiligten. Das sind alles, fast alles lokale Bekanntheiten, sag ich mal, die man, glaube ich, international nicht wirklich kennt. Bis auf eine Ausnahme und das ist Sam Neill. Den kennt vermutlich jeder und jede oder zumindest fast alle. Wenn nicht aus Jurassic Park, dann aus Jagd auf Roter Oktober oder auch aus vielen anderen Filmen. Also ich glaube, Sam Neill ist ein Begriff. Ja. Den man zuerst auch nicht so erkennt im Film. Weil er alt ist. Ja, und diesen mega Vollbart hat. Ja. Aber auch den anderen Charakter, also Julian Dennison, den Jungen in dem Film, kennt man vielleicht, wenn man Deadpool 2 gesehen hat. Denn da spielt er mit einer der Hauptrollen. Ah ja, das habe ich nicht gesehen. Aber sonst hat er noch nicht viele Filme gemacht. Ist aber ein unglaubliches Talent, meiner Meinung nach. Geboren 2002. Boah, schon 20 Jahre alt. Nach 9-11. Hm. Ja, und der ist auch großartig in dem Film. Es gibt ja diese, es gibt ja Rollen, die sind für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin geschaffen. Also so ein bisschen wie der Hauptcharakter in Die Mumie für Brandon Fraser. Das war für mich so Arsch auf Eimer. Und hier in dem Film für Julian Dennison, also alias Ricky Baker, den schwer erziehbaren Jungen, ist für mich auch so eine Rolle, die passt super gut. Also der hat das so phänomenal gut geschauspielert. Ich bin ein großer Fan. Ich habe gelesen, es gibt keinen One-Liner, der nicht sitzt. Habe ich in irgendeiner Kritik gelesen. Ja. Gut. Dann vielleicht noch einfach mal namentlich ein paar andere noch nennen. Es gibt noch Rice, ich weiß nicht mal, wie man ihn ausspricht, Riz Darby, so wie John Riz Davis. Es gibt noch Rima Tawiyata, die spielt die Frau von Hector alias Sam Neill. Wie hieß die denn eigentlich? Bella. Bella, genau. Und Rachel House kommt mir vom Namen her bekannt vor. Aber ich weiß nicht woher. Und die spielt die vom Kinderamt oder Sozialamt, wie nennt man das? Ja, vom Jugendamt. Jugendamt, genau. Aha, die spielt auch in Thor Ragnarok mit, sehe ich gerade. Okay. Und in Georgia Reddits. Und in Moana und in Soul, also ist ein Disney-Film. Aber ich weiß jetzt nicht, ob als eine große Rolle oder nicht. Bin ich überfragt. Ja, aber mir kommt der Name zumindest bekannt vor Rachel House. Gut. Und das war es dann eigentlich auch so an den bekannten Leuten. Es gibt dann noch so ein paar Leute, die man sicher kennt, wenn man in Neuseeland lebt. Später kommt so ein verrückter Verschwörungstheoretiker. Das ist irgendwie wohl ein bekannter Moderator und Komiker. Ja, also den kannte ich sogar aus einer Comedy-Serie einer neuseeländischen, Flight of the Conchords. Das ist auch eine gleichnamige Band aus zwei Typen mit Akustikgitarren. Und die haben eine sehr Comedy-haftige Serie, wie sie halt versuchen berühmt zu werden mit dieser Band. Und er ist ihr Manager. Okay. Und es ist absolut lustig, der Kerl. Also ich kann mich wegschmeißen bei dem. Also in der Serie gibt es immer Band-Meetings. Und es sind drei Leute und er hat immer eine Anwesenheitsliste da. Terry, present. Jermaine, present. Und ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ist ja auch egal. Er streicht sich dann eben auch immer ab. Present. Okay. Now we can begin the Band-Meeting. Und der hat einfach eine sehr, sehr gute... Wie heißt das bei Porn? Timing. Genau. War das jetzt ein Witz? Nein. Wie heißt das bei Porn? Timing. Gut. Der spielt Psycho Sam und ich habe es eben schon gesagt, wird gespielt von Riz Darby. So heißt er. Und dann kann man vielleicht noch den Polizisten nennen, der auch immer mit der Frau vom Jugendamt dabei ist. Der heißt Oscar Kydley. Auch ein Neuseeländer. Wie auch die gesamte Produktion. Und man muss sagen, der Film ist, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland nie im Kino gelaufen. Das ist... Eine Schande. Eine Schande, ja. Ich mag ja sowieso Filme, die nicht irgendwie total Mainstream produziert sind. Und da gehört er mit Sicherheit dazu. Als... Ja, kann man... Ich würde es jetzt als Independent-Werk bezeichnen. So wie Herr der Ringe. Ja. Es hat für mich auch so das Feeling irgendwie von einem... Also ich bin ein großer Fan von Erstlingswerken von Regisseuren, von RegisseurInnen. Und die haben oft halt so eine kreative Energie, finde ich. Weil die dann halt noch nicht so in ihren Modus Operandi verfallen, wie man es von vielen Regisseuren kennt, die die große Name ist. Also Scorsese oder so. Da habe ich oft das Gefühl, kennst du einen, kennst du alle irgendwie. Weil die oft natürlich auch ihre favorisierten Schauspieler haben. Schaust dir einen Scorsese-Film an, ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit Leonardo DiCaprio oder Robert De Niro drin. Ja, stimmt. Ja, was ich hier fand... Also man kann ja auch sagen, erstmal, was das für ein Genre ist. Es ist eine Comedy. Also Komödie. Ja. Und ich hatte so das... So ein bisschen so ein Flashback, als wäre das so eine 80er-Jahre-Komödie. Ich fand da... Das war so sehr... So eine Hommage daran. An vielen Stellen. An so Stellen, da habe ich jetzt gedacht, oh, das ist ja jetzt wie ein Blues Brothers oder so. Und man sieht auch so fliegende Polizeiautos und sowas an einer Stelle. Also es hatte sehr den Charme von 80er-Jahre-Abenteuerfilmen, fand ich teilweise. Ja, an Blues Brothers habe ich mich des Öfteren auch erinnert gefühlt. Also zum Beispiel eben mit Autos, die durch die Luft fliegen. Aber auch zwei Kerle, die auf der Flucht sind vor dem Gesetz. Ja. Ein bisschen. Und eigentlich nur ihr Leben leben wollen, so wie sie es leben wollen. Ja. Ja, und verfolgt werden von irgendwelchen Bösen. Die ihnen immer wieder auf die Nerven gehen, aber auch nie so richtig zur Gefahr werden. Nee. Egal mit was für Maschinen sie auffahren. Und das werden ja immer größere Sachen gegen Ende des Films. Ja. Aber lass uns lieber am Anfang anfangen. Lass uns am Anfang anfangen. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt auf IMDB auch eine Liste von Referenzen, auf die sich bestimmte Szenen beziehen. Also auf ältere Filme. Und es ist nicht alles 80er, aber es ist schon ziemlich viel 80er. Es gibt Referenzen auf Rambo, Scarface, Terminator, Crocodile Dundee, Terminator 2, Herr der Ringe, Game of Thrones. Ja. Oh ja, stimmt. Also ich weiß, also ich erinnere mich komischerweise gerade nicht mehr dran, aber während des Schauens dachte ich, ah, Herr der Ringe. Ja, das war ja ganz offensichtlich. Da kommen wir dann zu. Ich werde dich dann erinnern. Okay, danke. Es wurde wörtlich genannt. Sehr gut, sehr gut. Ich erinnere mich gerade nicht mehr dran, aber es ist mir im Kopf geblieben, dass es war. Aber Predator zum Beispiel erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Mhm. Kommen wir dann auch dazu. Obwohl ich habe keine Ahnung, wann das auftaucht. Okay, Predator habe ich jetzt gar nicht genannt, aber wirst du dann erzählen. Wahrscheinlich. Also ich denke, für mich ist das so eine Predator-Hommage, wenn sich jemand das Gesicht anmalt im Dschungel. Ah, okay. Ich hätte jetzt gerne was kommen von Rambo. Ja, auf Rambo. Genau. Ja. Aber es ist ja auch der gleiche Schauspieler. Was? Lass uns anfangen. Ja. Kapitel 1. Was da heißt? A Real Bad Egg. Ach ja, übrigens, im Deutschen heißt der Film, wo die wilden Kerle jagen. Und was auch eine Referenz ist, dann fangen wir auch wirklich an. Was auch eine Referenz ist auf dem Film oder, nee, wo die wilden Menschen jagen, nicht wo die wilden Kerle jagen. Aber was auch eine Referenz ist auf ein Buch, das auch irgendwann mal verfilmt wurde, vor 2016, nämlich wo die wilden Kerle wohnen. So, jetzt habe ich es. Was ja so ein Kinderbuch ist von so einem Jungen, der ein Pyjama hat, wo er aussieht wie ein Monster und dann träumt er sich auf die Welt, wo die wilden Kerle wohnen. Und er lebt mit denen alle möglichen Arten von Abenteuern. Okay. Ist auch ein sehr cooler Film draus geworden, der dem Buch, ja, jetzt kein Unrecht tut, sondern eine ziemlich gute Buchverfilmung ist für, vor allem ein Kinderbuch. Und ich habe für mich jedenfalls den Eindruck, dass wo die wilden Menschen jagen, also hier die deutsche Übersetzung des englischen Filmtitels, da eine kleine Hommage ist. So, jetzt können wir anfangen mit A Real Bad Egg, Chapter 1. Pit Lines, genau. Ja, gut, erstmal gibt es so einen Überflug über den Busch, wie er später genannt wird, also die unberührte Natur von Neuseeland, denn das Ganze spielt in Neuseeland. Und dann wird ein Junge mit einem Polizeiauto zu einem, ja, Verlassenen, was heißt Verlassenen, zu einem einsamen Bauernhof gefahren. Und dort in der Stadt. Da sind eigentlich so zwei Hütten, ein bisschen windschief, die mitten im Nirgendwo stehen. Und auch, das ist eine ziemliche Dirt Road oder einfach nur so ein Pfad, der da hinführt. Ja, und da denkt man schon wieder, da hinten könnte auch gleich Bilbo Beutlins Höhle sein in dem Hügel dahinter. Vielleicht wurde das sogar da gedreht. Wahrscheinlich nicht, weil das gibt es ja noch, den Ort. Aber so kann man sich es vorstellen. So Auenland mit, ja, hinten beginnt dann irgendwo der Wald. Genau. Und ja, der Junge im Auto ist Ricky Baker. Ein richtig mieses Ei, wie die Frau vom Jugendamt nachher seiner neuen Ziehmutter verkündet. Denn sie zählt das auch so schön auf. Und dann gibt es halt immer diese, während sie aufzählt, was er alles schon getan hat, wird eben gezeigt, wie er das tut. Und er macht das alles so, ja, unbegeistert. Also wenn sie sagt, he threw over stuff, he burned stuff. Spitting. Spitting, ja, Graffiti. Er schubst da zum Beispiel einfach so einen Briefkasten um oder zündet eben jeden Briefkasten einfach nur an und steht dann daneben, ganz cool, ganz cooler Typ. Und er ist auch ein ziemlicher Hip-Hopper, hat also so strahlend bunte Sachen an, ein Hoodie in weiß mit ganz vielen weißen Sternen oder was auch immer drauf. Ja, so eine Tigerfellkappe. Ja, ein richtiger kleiner Gangster ist das. Und kommt da eben mitten aufs Land zu einer neuen Ziehmutter und einem neuen Ziehvater, wie sich dann herausstellt. Denn die Frau vom Jugendamt gibt ihm noch diese eine Chance, da eine Familie zu finden, von der er auch nicht wegläuft. Ja. Denn das hat er wohl auch immer wieder gemacht. Die Ziehmutter ist Bella und die so typisch warmherzig und lässt sich durch nichts erschüttern. Ja, das ist aber auch ein bisschen, also sie neckt ihn auch direkt. Also er ist ja schon, kann man sagen, ein dicker Junge, auch recht füllig. Und sie sagt irgendwie so, you like you ate on a child's birthday the birthday cake. Irgendwie sowas. Or nee, you look like you ate the guy who made the cake. Weil sie da fragt, are you hungry? Of course you are. You look like the guy who ate the guy who made the cake. Irgendwie sowas. Und da habe ich schon gedacht, das kommt halt in den, weiß nicht, in den ersten fünf Minuten oder sowas. Und da dachte ich, ja, das wird ein guter Film. Und dieser Polizist, der steht nur so ein bisschen teilnahmslos am Auto, während die Frau vom Jugendamt da diesen Vortrag hält. Und dann läuft der Junge ja weg, rennt so einmal ums Haus, kommt dann wieder zurück und setzt sich wieder ins Auto. Und der Polizist grinst nur so ganz leicht. Er versteht den Jungen ja. Der Junge will lieber in irgendeinem Heim als hier zu leben. Im Nichts. Ja. Aber ihm wird klargemacht von der Frau vom Jugendamt, dass das keine Option ist, sondern wie er mit zurückkommt. Also Paula, die Frau vom Jugendamt, sagt, du bleibst hier oder du weißt, was dann passiert. Juvenile. Oder wie sagt er später? Genau, er sagt halt später, die einzige Lösung, wenn das alles nicht klappt, ist für ihn quasi Jugendknast. Ach übrigens, ich habe es auf Englisch geguckt. Ich hätte auch die Option tatsächlich auf Deutsch gehabt. Es gab beide Sprachen. Aber ich wollte diesen neuseeländischen Akzent irgendwie mithaben, wenn ich schon den neuseeländischen Film gucke. Auch wenn ich befürchtet habe, dass ich nicht alles verstehe, habe ich es dann mit Untertiteln gemacht. Aber ich weiß nicht, ob es an den Untertiteln lag, dass ich dann doch sehr viel gelesen habe. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schwer verständlich. Nö, also ich finde vor allem die beiden Hauptcharakter kann man gut verstehen. Es gibt einige in dem Film, die sind ein bisschen schwieriger zu verstehen. Aber die beiden und auch die Frau vom Jugendamt habe ich auch kein großes Problem gehabt. Und ich habe es auch auf Englisch geguckt. Und bei Komödien, und das fällt da ja eindeutig rein, ist es halt in Übersetzungen manchmal schwierig, wenn Wortwitze genutzt werden. Und hier kommen auch ein, zwei hervor, bei denen ich wirklich schreiend am Boden lag. Ja, und Ricky Baker bleibt dann nichts anderes übrig, als bei Bella und Heck zu bleiben. Heck ist kurz für Hector. Der kommt ja dann noch so an, während die am Auto stehen und man sieht erst nur das Wildschwein an. Genau, genau. Wenn die Silhouette vom Wildschwein ankommen, weil er das trägt ja so auf der Schulter. Das hat er gerade erlegt. Ja. Kommt mit seinem Hund und einem toten Wildschwein auf Huckepack. Weil ich auch so geil fand, er im Englischen piggyback. Er piggybacked ein Pick. Ja. Großartig. Und man sieht direkt, was das für eine Art Kerl ist. Ein sehr für sich lebender, grimmiger, mürriger Mann. Und Bella sagt auch noch, ah, there is Heck. You can call him Heck. Or Uncle. Und du, sie so, no, you cannot. Ja, gibt's dann ja ein paar so lustige Szenen am Anfang, dass er dann irgendwie zu ihm hingeht in die Scheune oder so, während er da was schnitzt. Und dann sagt er, äh, 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 Aunt Bella hat gesagt, ähm, du sollst mir was zu tun geben oder sowas. Und dann sagt er einfach nur, ja, geh weg. Oder so. Macht er halt gerne, ne? Während er Pfannkuchen isst, lässt er ihn dann einfach alleine und spielt mit dem Hund Sig. Genau. Das ist Heck, Heck, guter Hund. Ja, am Abend ist das alles ein bisschen schwieriger. Die, der erste Abend, die, der erste Abend dann in dem Heim, Bella versucht das alles so ein bisschen aufzulockern, aber die sitzen halt um den Tisch und, ja, nachdem er ein bisschen gegessen hat, geht dann, ähm, Ricky einfach ins Bett auf sein Zimmer, was auch ein richtig schräges Zimmer ist irgendwie. Altmodisch so. Ja, sehr, sehr altbacken. Aber er hat eine Wärmflasche im Bett. Genau. Und das gefällt. Und, ähm, das gefällt ihm, ja. Das ist so ein bisschen Heimatgefühl. Und Bella ist auch ganz unaufdringlich, sagt dann, äh, alles gut hier, wenn was ist, ne? Du weißt, wo wir sind. Ja, und, äh. Dann läuft er direkt weg in der Nacht. Läuft er weg in der ersten Nacht. Packt seine Sache, läuft weg und. Am nächsten Tag. Am Morgen, genau. Und sagt, äh, oh, es hat ganz schön lange gedauert, äh, dich wiederzufinden. Du bist 200 Meter weit gekommen. Ja, sitzt nämlich Bella bei ihm, raucht, ich glaub mal, ein Joint. Auf jeden Fall was Selbstgedrehtes, ja. Ja. Und im Hintergrund sieht man auch das Farmhaus. Und er ist ja voll dreckig. Ja. Er ist mit 250 Meter weit gekommen oder so. Und dann sagt sie einfach, hier, gib Frühstück und dann kommt er wieder mit. Ja. Und dann gibt's so, ja, ne kleine, ja, weiß nicht, ist das ne, ne, so ne Montage, wo, wo halt ein bisschen vom Leben gezeigt wird bei denen. Und wie immer mehr er sich da einfühlt, wie er jeden Abend halt die Wärmflasche ans Bett hat und das immer mehr mag. Bis sie dann, ähm, bis sie dann, ähm, bis, bis, ja, sie und, und Ricky sitzen irgendwann draußen und sie zeigt ihm, wie man Opossums das Fell abzieht. Mhm. Das findet er aber nicht so geil und dann bringt er ihm einfach bei zu schießen. Das kann er schon. Das findet er geil. Ja. Und, äh. Dann jagen sie noch das Wildschwein. Genau. Und das ist ja auch so geil, ne. Weil Neuseeland hat null gefährliche Fauna. Also alles da ist einfach, das Land hat noch nicht mal Zecken. Ne, du kannst eigentlich nackt durchs hohe Gras rollen. Und es gibt alles, alles Giftige und Schlimme, was es in der Region gab, hat Australien abbekommen. Neuseeland hat absolut nichts. Das einzig Gefährliche wurde schon ausgerottet. Das haben die Maoris damals so, so ein Straußenvogel. Und von daher ist hier das Gefährlichste wirklich so ein Wildschwein. Was ja auch gefährlich sein kann. Ja. Ja. Und, äh, Bella macht da aber kurzen Prozess. Wie sie sich dann draufstürzt. Sie packt ja dieses Messer aus und stürzt sich so von oben irgendwie den Hang runter auf das Wildschwein. Und ist dann völlig blutbeschmiert und grinst einfach nur. Ja, und da sieht es auch so, ich weiß nicht, ist das eine Referenz auf Psycho? Weil man sieht dann ja, wie das Messer hochgeht und wieder runter. Stimmt, es gibt dann mehr Stiche, so ganz schnelle. Und dann ist es so blutbespritzt. Ja. Ja. Und Ricky steht nur da, das ist komplett fassungslos. Weil halt diese warmherzige Frau sich todesverachtend auf dieses Wildschwein stürzt und es einfach absticht. Ja. Ja. Und dann hat er Geburtstag. Und bekommt den Hund, oder? Ja. Tupac. Und ein selbst komponiertes Lied, was Bella auf ihrem kleinen, so einem Billo-Plastik-Keyboard singt. Und die hat Ricky Baker, Ricky Baker. Weiß gar nicht, wie das weitergeht. Kommt auch im Abspann dann als wirkliches Lied. Und ich habe das hier gefeiert, diesen Song. Er singt da mit. Er ist halt voll angekommen in der Familie. Aber Hector sitzt die ganze Zeit da. Und ist so ein bisschen peinlich berührt. Ja. Weiß nicht, wo er hingucken soll. Ja, weil man merkt so, er liebt seine Frau oder seine Partnerin. Weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Für wahrscheinlich genau diese Kapriolen oder Schrägigkeiten, während er einfach nur der grumpy old man ist. Ja. Ja, es ist alles sehr harmonisch. Und das kann ja leider nicht lange werden bei so einem Film. Es muss ja irgendwas passieren, dass die Charaktere aus ihrer heilen Welt stürzt. Wobei ich... Ist das eigentlich klassische Erzählstruktur? Wahrscheinlich. Also, ja. Ich würde sogar sagen, sie haben sich ziemlich viel Zeit gelassen da jetzt am Anfang. diese Welt zu zeigen. Ich glaube, das passiert öfter. Kommt dann dieser Umschwung dann schneller aus dieser heilen Welt raus. Sie haben sich da schon ganz schön viel Zeit gelassen. Das erste Kapitel dauert ziemlich lang insgesamt. Ja, und ich muss sagen, ich finde das auch gut. Weil zu dem Charakter Bella, die dann jetzt eben sterben wird, hat man so viel Sympathie aufgebaut. Und deswegen hat ihr Tod jetzt nicht nur als storyrelevanter Plothook, oder wie man es auch immer nennt, abgetan werden kann. Sondern ich war da echt betroffen. Ja, und man leitet dann sozusagen noch viel mehr mit Hector mit, weil man ja auch verstanden hat, dass er sie wirklich geliebt hat. Und was du ihm gesagt hast, dass er jetzt eben am Boden zerstört ist. Ja, Ricky ist unterwegs im Busch mit seinem Hund Tupac und geht dann halt irgendwann nach Hause, weil es Zeit fürs Dinner ist. Und da ist draußen Hector und heult über der toten Bella. Und er heult halt wirklich richtig animalisch fast von Herzen. Und was genau passiert ist, wird auch gar nicht gesagt. Wahrscheinlich Herzinfarkt oder so. Auf jeden Fall, sie ist einfach aufgefallen. Ja, keine Ahnung. Und es gibt ja da in der Gegend auch keine Möglichkeit, irgendwie dann schnell Hilfe zu holen. Dann ist es einfach vorbei. Genau. Und da gibt es eigentlich einen Cut und die sind bei der Beerdigung. Und da wird dieses ganze Trauergefühl jetzt aber sehr komödienhaft gebrochen. Ja, und das finde ich grandios. Und das meinte ich auch eben mit, Taika Waititi hat eine wichtige und perfekt platzierte Rolle in dem Film. Denn er spielt den Priester bei der Beerdigung. Und er hat dieses wirre Haar, den Vollbart. Und ich musste dann schon wieder lachen, obwohl ich halt noch so betroffen war von der vorigen Szene. Und dann erzählt er ja von, es gibt zwei Türen im Leben. Und dann kommen wir jetzt nämlich schon zum zweiten Kapitel. Nämlich, welches da heißt. Another Door. Another Door. Das kommt, nachdem sie aus der Kirche raus sind, aber passt ja genau. Genau. Spielt das genau an. Und er erzählt halt, hinter einer Tür sind alle Süßigkeiten und alle Angenehmlichkeiten des Lebens. Und dann fragt er jetzt in das Auditorium, was aus drei oder vier Leuten besteht. And what's behind the other door? Ich persönlich habe jetzt wieder vergessen, was da Ricky antwortet. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall irger Quatsch. Ja. Und dann geht er auch sogar noch da drauf ein. Und dann sagt irgendjemand Jesus. Und dann tut er erst mal so, als wäre das auch falsch. Also hätte er das auch nicht hören wollen. Aber dann sagt er hinterher, of course, Jesus. Und dann wird Hector zu blöd und er steht einfach auf und geht raus. Ja, und das halt unter den Klängen von, weil die Gehilfin des Priesters fängt dann an, auf der Orgel zu spielen. Und er fängt dann an, irgendwas zu singen. Stimmt. Und perfekt platziert, weil ich war direkt wieder aus dem Trauertief heraus und im Film und bereit, dass es jetzt weitergeht. Ja. Der Junge folgt ihm dann. Sie fahren zurück nach Hause und dann hält er mal kurz an, Hector. Und dann ist der Kapitelwechsel. Dann sieht man das Auto nämlich von außen so stehen bleiben. Genau. Und dann sind wir in Kapitel zwei. Another door. Und in dem geht es jetzt erst mal hauptsächlich darum, wie die beiden jetzt zusammenleben, notgedrungen. Denn Hector erklärt Ricky, dass er nicht da bleiben kann. Denn es kam ja auch schon ein Brief, den Ricky vorlesen muss. Wie man ihn später rausfindet, vor allem deswegen, weil Hector wohl gar nicht lesen kann. Was heißt wohl? Das wird sehr deutlich. Aber hier war es mir noch nicht klar. Ja. Aber er wusste noch gar nichts, was in dem Brief stand, bis Ricky ihn vorgelesen hat. Und da steht eben drin, dass die Frau vom Jugendamt den Jungen am Freitag wieder abholen will. Genau. Wegen diesen tragischen Umständen. Ohne zwei Eltern, also Pflegeeltern, wäre das so nicht gegeben, dass er gut aufwachsen könne und so weiter. Und es kam für mich auch so rüber, als würde Heck ihm einfach den Brief geben. Hier, lies für dich. Das wird passieren. Er selber weiß ja wirklich nicht, was da rein vorkommt. Ja. Ja, und das ist halt alles dann ein bisschen, nicht eintönig, aber halt nicht mehr so froh, das Leben in dieser Hütte. Denn es gibt dann abends keine Wärmflasche mehr im Bett und all die Sachen von Bella werden eingepackt. Auch Bella wird eingepackt, denn sie ist eingeäschert in irgendeiner Schuhbox. Und sie hat früher, stimmt, sie hat früher auch noch, als sie noch am Leben war, hat sie, ich glaube, das war irgendwann, als sie mit Ricky unterwegs war, ihm eben erzählt von einem See hoch in den Bergen, der den Himmel berührt. Und da ist quasi der Übergang vom Leben in den Tod. Da würde sie hinwollen oder da würde sie hingehen, wenn sie mal sterben würde. Und ja, man sieht einfach nur noch so ein bisschen, dass das Hector eigentlich, mir ist gar nicht so ganz klar, ob er will, dass der Junge weggeht, aber er nimmt das jetzt schon so als gegeben an. So ein bisschen hatte ich manchmal das Gefühl, der will vielleicht gar nicht, dass der Junge geht, weil er dann auch ganz allein ist. Aber auf jeden Fall lässt er das in keinem Moment glauben, dass er will, dass er da bleibt. Er sagt die ganze Zeit, das war's jetzt, du musst gehen, finde dich damit ab, so. Das bringt sonst nichts. Ja, zu dem Zeitpunkt könnte ich mir auch vorstellen, dass er es wirklich denkt hat. Er und Sig, sein Hund, sind ja auch ein richtiges Team, die kommen alleine besser klar. Und dann sagt er auch so, dass Bella die ist, die sich um die hoffnungslosen Fälle kümmert, weil er ist nämlich auch so ein hoffnungsloser Fall. Ich glaube, das kommt erst später. Ich glaube, da habe ich jetzt vorgegriffen. Also jetzt läuft Ricky Baker, läuft jetzt nachts wieder weg. Genau. Letztendlich. Er packt halt Bella ein, packt alle möglichen Sachen ein. Er packt die Arsche von Bella ein, oder? Meinst du? Ja, genau. Das meine ich. Packt eben auch, ich glaube, eine Flinte ein und alles Mögliche. Auch die Wärmflasche packt er ein und verlässt dann die Hütte. Aber nicht ohne einen Abschiedsbrief zu schreiben und seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Genau. Ja. Und in dem Abschiedsbrief sieht sowas drin. Ich habe genug von dieser Welt. Ich verbrenne mich in diesem Schuppen, wie man in diesem Schuppen sieht. Oder sowas. Und er hat ja eine Puppe in seinen Klamotten hergerichtet. Hat einen Plastikteller oder sowas als Gesicht genommen und da sein Gesicht drauf gemalt. Mit Benzin übergossen und angezündet. Und dann das Feuer breitet sich natürlich in dem Schuppen aus. Und er sagt, oh oh, Zupac, let's go. Genau. Aus größerer Entfernung sehen sie ja, wie der brennende Schuppen komplett in sich zusammenfällt. Ja. Und schlagen sich dann in die Büsche. Und dann kommt schon Kapitel 3. Goodbye Ricky Baker. Genau. Wenn er versucht zu überleben. Und das ist auch einfach nur großartig. Ich kann mich da so erinnern an diese Szene, wo er die ganze Zeit Toastbrot isst. Und dann sagt er so, fünf, das ist das fünfte, ich habe noch zehn, ich muss rationieren. Und dann fünf Minuten später kippt er sich. Ich mache das auch, wenn du eine Chipspackung leer hast. Die Tüte so hochheben und die Krümel in den Mund laufen lassen. Und fünf Minuten später hat er schon alles Toastbrot aufgesessen. Er probiert ja auch später irgendwie mal was von der Pflanze. Ja. Und sagt einfach. Oder abends versucht er sich seine Wärmflasche warm zu machen über einem Feuer. Legt er die Wärmflasche auf so einen Ast und hält sie übers Feuer. Aus Gummi. Und natürlich schmilzt das Plastik weg. Und das Feuer geht aus durch das Wasser, was eben durch das Loch dann durch die Wärmflasche aufs Feuer fällt. Einfach nur dieses resignierende Ach von ihm. Es ist so großartig. Bin mir allerdings gar nicht sicher, ob das geht. Weil man kann ein Feuerzeug unter einem mit Wasser gefüllten Luftballon halten und der wird nicht kaputt gehen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwann eine Sache der Hitze. Ich meine, ich glaube auch so ein großes Feuer kann mal wärmer werden als Feuerzeug. Aber weiß ich nicht genau. Ich schätze es. Die Wärmflasche ist jetzt ja auch nicht so prall gefüllt. Wahrscheinlich kühlt das nicht genug. Ist ja nicht so wie ein Luftballon. Genau. Aber ja, man sieht jetzt einfach so, wie er alleine durch den Busch, durch den Dschungel läuft und sich eigentlich verläuft. Das sieht man eigentlich auch sehr schön an den Kameraeinstellungen. Man hat immer so ein Morphing. Ich weiß nicht, wie man das filmtechnisch nennt. Aber er geht eigentlich immer so aus einer Seite raus und kommt im gleichen Bild auf der anderen Seite wieder rein. Mehrere Male hintereinander. Genau. Und das wird später ähnlich auch nochmal genutzt. Aber um eben zu zeigen, dass die Verfolger ihnen auf der Spur sind. Er wird ja, ja, irgendwann wird er gefunden, wenn er schon vollkommen, ja, der ist nicht unterernährt, weil er ist immer noch ein bisschen mobblich. Und das ist auch toll gemacht in dem Film. Übrigens, er hat er am Anfang, glaube ich, bin ich fest der Meinung von so einem Fatsuit, nennt sich das ja im Filmtechnischen an, um ihn noch was molliger wirken zu lassen. Denn über den Verlauf des Filmes wird er immer dünner. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen, okay. Ja, doch, das habe ich schon gemerkt. Und er sieht dann eben seinen Hund Tupac, der aussieht wie, ich glaube, ein Eisbecher oder irgendwie sowas. Genau, so ein Rieseneis im Wald. Genau. Und schaut dann nach links und sieht einen Riesenhamburger, der anfängt mit ihm zu reden. Und sich dann herausstellt, dass das Hector, der auch im Busch unterwegs ist, womöglich auf die Suche nach Ricky. Womöglich. Und ihm dann erst mal sagt, dass er sich vollkommen verlaufen hat, dass er ja gar nicht weiß, wo er ist. Ja. So ein richtiges Zeitgefühl, wie lange der jetzt unterwegs ist, habe ich gar nicht. Aber ich glaube, das war höchstens ein, zwei Tage, oder? Glaubst du, das war länger? Es würde dazu passen, dass es halt irgendwie so, ich könnte auch ein halber Tag, er hat ja schon mal in der Nacht die Wärmflasche kaputt gemacht. Aber dass es nicht viel länger war. Das würde zu dem passen, zu den 200 Metern vom Anfang. Genau, genau. Und dass er dann schon nach zwei Tagen Halluzinationen bekommt, weil er so hungrig ist. Ja. Ja, und Hector versucht ihn dann eben zurück zur Farm zu bringen, denn er wird ja abgeholt. Und die beiden streiten sich ein bisschen und dann geht Hector auf ihn zu, verhakt sich ja irgendwie den Fuß oder so in der Wurzel. Und weiß nicht, verstaucht oder bricht sich sogar dann sein Knöchel. Ja. Richtig fies. Da musste ich weggucken. Bei diesem knirschenden Geräusch auch. Und dann versucht Ricky, den Fuß aus der Wurzel wieder rauszumachen, der völlig unter Spannung steht. Und dann macht es nochmal Knack. Ja, man hört nur Hector schreien. Genau. Und ich glaube, dann sind wir nämlich schon bei Kapitel 4. Broken Foot Camp. Ja. Denn die beiden bleiben dann an der Stelle im Busch und bauen sich tatsächlich eine Art Camp auf. Denn die warten jetzt, bis Hexknöchel wieder verheilt ist. Ob das so funktioniert? Er sagt ja dann sogar, das dauert Wochen, bis er geheilt ist. Ja. Gut, er humpelt ja dann auch den Rest vom Film. Das müssen aber ja wirklich dann Wochen gewesen sein, wie sie in diesem Camp sind. Ja, weil auf einmal, und ich finde das auch sehr schön gespiegelt quasi, also Ricky Baker alleine hat zwei Tage oder so im Busch untergebracht. Und mit Heck, obwohl dieser verletzt ist, schaffen die beiden es locker ein paar Wochen. Ja. Und das ohne Toilettenpapier. Toilettenpapier hat auch eine sehr zentrale Rolle in dem Film. Weil er soll Blätter nehmen, sagt Heck. Genau. Und er sagt, oh no. Oh ja, man sieht Hector eigentlich die ganze Zeit unter so einer halben Zeltplane liegen, weil er kann sich ja nicht bewegen, kann ja nicht laufen. Und dann soll Ricky jagen gehen, weil sie brauchen ja Essen. Ja, und kommt zurück mit einem Stück Baum, einem Stück Pflanze, weil er den Vogel nicht erwischt hat. Ja. Ja, währenddessen finden halt die Leute vom Child Service, also vom Jugendamt, die kommen ja an, um ihn abzuholen, finden dann die, in Anführungsstrichen, Leiche. Und den Abschiedspiel. In der abgebrannten Hütte. Und der Polizist sagt, oh no, he died. Er sagt, Paul, does this look like a corpse to you? Und hebt er eben diesen Teller hoch, wo immer noch das angegraute Gesicht von Ricky Baker draufgemalt ist. Ja. Er hat ja auch irgendwelche Hoodies die ganze Zeit, die man komplett vorne zumachen kann. Gibt's sowas wirklich? Ist das so ein Hip-Hop-Dick? Ja, ja, gibt's sowas, gibt's. Ich selber hab auch keinen, aber ich hab schon Leute gesehen, die hatten aber alle die Kapuze offen. Und die kann man, dass sie mit dem Reichsverschluss komplett zumachen, hab ich noch nie gesehen, außer in diesem Film. Und da macht's Sinn, wenn der Junge sich einfach von der Außenwelt aussperren will, macht er den Hoodie komplett zu. Ist ja zum Schlafen auch ganz gut, dann kommt keine Spinne in den Nacken. Ja, wie so eine Schlafbrille auch, oder ohne Löcher drin. Eine kleine Watchmen-Referenz. Stimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, hören Sie unseren Schwestersender, Kurzwellensender. Dort läuft aktuell die Staffel 1 mit Watchmen. Ja, hat null mit dem Busch zu tun, aber ist auch eine coole Serie. Ich glaub, hier im Busch kommt das jetzt auch raus, dass das Hector halt nicht lesen kann, oder? Stimmt, ja. Ja. Also Ricky hat das wohl schon länger gemerkt. Also jetzt konfrontiert er ihn damit, das kommt in so einem Streitgespräch raus. Ach ja, das ist ja sogar das Streitgespräch, bei dem er sich... Den Fuß bricht. Den Fuß bricht. Und jetzt liest ihm Ricky irgendwie auch was vor, dann abends am Camp. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Szenerie da, die beiden im Camp. Und nachher, ich glaub, also Ricky Baker schafft es da auch immer mehr, in seine überlebenden Rolle reinzukommen. Er malt sich dann nämlich auch unter die Augen so Matsch, wie zum Beispiel Rambo oder Predator. Als er jagen geht, ja. Als er zu jagen geht und nachher dann mit dem Stück Pflanze zurückkommt. Aber Sachen zu essen finden die auf jeden Fall. Müssen sie ja. Irgendwann fragt ihn Hector ja dann auch, wie lange hast du dich eigentlich schon nicht mehr gewaschen? Und dann sagt er, einen Monat. Ja, die beiden sind ja echt lange da unbemerkt in dem Dschungel und können dann irgendwann, wenn Hector wieder laufen kann, aufbrechen. Dann hat er so eine Krücke und dann wandern sie durch den Busch, bis sie, glaube ich, so eine Schutzhütte auffinden. Richtig. Und unterwegs erzählt er ihm halt immer noch so ein bisschen was über Überleben in der Wildnis. Und dass man viele erfrorene Leute oder viele Tote nackt findet, weil sie irgendwie in Panik geraten sind, wenn sie sich verlaufen haben. Und so solche Geschichten halt. Genau. Und erzählt ihm, wenn du dich halt verirrst, such fließendes Wasser und dann folgt dem fließenden Wasserhang aufwärts, bis du dir einen Überblick verschaffen kannst. Genau. So Sachen. Deswegen, da ist so ein bisschen Foreshadowing, das kann er sich nämlich später irgendwann anwenden, der Ricky Baker. Ja. Wenn sie dann in der Hütte sind, dann sind wir schon in Chapter 5. Chapter 5. Famous. Denn die beiden sind berühmt geworden. Dadurch, dass sie längere Zeit in ihrem Broken Foot Camp waren und verschollen waren, gibt es Fahndungsplakate und Zeitungsartikel über den Mann, der den Jungen verschleppt hat in den Busch. Genau. Das ist ja, was Herr Hector erstmal wieder nicht lesen kann. Er sieht nur die Bilder und dann muss es Ricky wieder vorlesen. Und da ist halt auch so eine Szene, da habe ich am Boden gelegen vor Lachen, weil er halt vorliest, and one Caucasian man, that's clearly wrong because you are white. Weil er halt, Caucasian. Caucasian. So großartig, der Junge hat halt auch so ein Gefühl fürs Komödientiming. Ich weiß jetzt nicht, ob das eben YTT als Regisseur ist, der das so herauskitzelt oder der Junge selber. Aber absolut großartig. Und man sieht dann eben auch Hector, Victor, wie er einfach so, äh, wach. Ja, auch die Chemie zwischen den beiden, also zwischen Sam Neill und Julian Dennison ist grandios in dem Film. Mhm. Ja, und die sind, glaube ich, gerade dann am Kochen, ne, wenn die Jäger reinkommen. Da kommen nämlich irgendwie solche, äh, ja, ist das so eine Jagdparty? Keine Ahnung, ja, so. Ja. Es gibt ja viele solcher Hütten in Neuseeland, also an vielen Wanderwegen und so weiter gibt es eben die, solche Überlebenshütten. Und da kommen die rein und, äh, sind anscheinend gerade auf der Jagd gewesen und erkennen die beiden natürlich. Weil sie ja famous sind. Ja. Und, äh, fragen dann irgendwie, ob, ob der ihm was getan hat. Ja. Und Ricky erzählt, glaube ich, ähm, er, er erzählt quasi, was sie in dem Camp gemacht haben, dass, äh, dass, äh, dass, ja, Hector sich nicht bewegen konnte, ne, also, dass Hector nicht viel gemacht hat, sondern er hat dann Ricky immer das machen lassen. Genau. Äh, aber er, wenn, wenn er, er hat halt auch manchmal nicht so, ne, er hat dann nicht gesagt, er hatte keine Lust oder so, aber er hat auch manchmal zugeguckt, während Ricky dann mit sich selber gespielt hat. Genau, so irgendwie, also irgendwie so zweideutig und Hector im Hintergrund kriegt die ganze Zeit größere Augen. Ja, ich werde gleich in die Gesichtspiele, weil er merkt halt, was Ricky für die Ohren der Erwachsenen da erzählt, obwohl er einfach nur erzählt eigentlich, dass er wirklich selber gespielt hat, weil er hat sich ja zum Beispiel aus pflanzenden Walkman gemacht und, äh, ist dann zu imaginierter, äh, Musik rumgetanzt, so Sachen halt. Ja, aber mit sich spielen hat im Erwachsenensprech eine andere Bedeutung als im Kindersprech. Dann bezeichnet ihn einer der Jäger als Pervert. Ja. Und dann rastet Hector aus. Genau. Und wirft sich auf ihn. Und gewährt die drei Männer sich dann am Boden rumkugeln. Alle vier, oder? Halt einen Schuss. Vier Männer. Ja, genau, alle vier Männer. Das sind ja drei Typen, die sind ja auch sehr eingeschüchtert von Hector, was man auch sagen kann von Sam Neill. Er hat für mich auch so ein bisschen den, den Charakter von, ähm, äh, Alan aus Jurassic Park. Der wollte ja auch nie Kinder haben, ne? Mhm. Stimmt. Und ist dann irgendwann wahrscheinlich nach Jurassic Park, nach dem Besuch nach Neuseeland gegangen, um nie wieder Kontakt zu Menschen oder Dinosauriern zu haben. Und dann kam wieder ein Kind und jetzt ist er mit dem Kind im Busch. Das ist auch so ein bisschen Headcanon für mich. Ja, und dann schallt ja dieser Schuss durch die Hütte, denn, äh, Ricky Baker hat sich eins der Gewehre genommen und einen Schuss abgefeuert. Mhm. Und sagt, ein meiner Lieblingssprüche im Film, shit just got real. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist ein Luftgewehr oder was sie da immer haben. Oder irgendein Kleinkalibergewehr. Das scheint mir kein so ein Schuss. Ja, das ist kleineres, glaube ich. Das ist jetzt kein, kein Ding, womit du Elefanten oder Rhinoceros so tötest, glaube ich. Genau. Aber eine Schusswaffe. Ja. Und sie nehmen ja auch immer, wenn sie auf die Jäger treffen, sie treffen öfter auf die, nehmen sie immer alle Waffen ab. Ja. Wie auch jetzt. Und fesseln sie dann auch. Ne, weiß ich gar nicht. Sie fesseln sie nicht, weil die stehen ja dann nachher noch auf der Tür und der schießt dann noch auf ihn. Ne, ja genau. Hier fesseln sie sie nicht. Und dann hauen sie ab und ja genau, dann sagt er nochmal irgendwie Pervert, der eine Jäger und dann schießt Sam Neill zurück und so zwischen die in die Wand. Und dann schlagen sich die beiden wieder in die Büsche. Und dann sieht man eben noch, wie die, die Fahndung weitergeht, weil dann werden diese Jäger interviewt und, und solche Geschichten. Da gibt es dann auch so manchmal solche Talkshows und so, die man im Fernsehen sieht. Ähm, wie so die, diese Jagd auf diese, ja auf diese zwei eben weitergeht. Die Wilder People. Die Wilder People. Irgendwann im Film sagt ja auch der Polizeigehilfe von Paula, ähm, we want them alive or dead. Und guckt so nach links außerhalb der Kamera, alive, only alive. Weil die, die wird einfach so schöne, ehrliche Comedy in dem Film. Die wird einfach so absolut militaristisch auch dargestellt, so, so, wie so ein, keine Ahnung, so ein Hardcore General, der über Leichen geht. Ja, oder wie, wie einer dieser FBI Agenten, ähm, die halt kommen, wir, ich übernehme ab hier. Ja, genau. Und sie kommt vom Jugendamt und sagt, ich übernehme ab hier. Und bis zu einem gewissen Grad funktioniert es auch. Sie sagt ja auch, glaube ich, als sie dann, sie sagt ja auch dann am, das Erste, wenn sie dann bei dieser abgebrannten Hütte am Anfang sind, sagt sie dann, gib mir dein Telefon. Ich muss die Polizei anrufen und sagt, ja, ich bin die Polizei. Nein, ich meine richtige Polizisten mit Waffen. Und dann geht's weiter in den Dschungel. Und dann kommen wir schließlich nach Rohan. Ich hatte das Gefühl, das könnte Rohan sein, wo wir jetzt sind. Boah, womöglich, ja. So ein bisschen karger. Ja, genau. Und, ähm, kommen zu Kapitel 6, Close to the Sky. Ja, da sind die beiden, halt, da ist wieder so eine Montage, wie die beiden jetzt aber eben in der Wildnis rumlaufen. Und, ähm, es wird auch ersichtlich, dass das ein bisschen mehr von Erfolg gekrönt ist, als wenn Ricky alleine im Dschungel rumläuft. Und kommen ja irgendwann an so ein, im Gebirge, an so ein See, ähm, von dem, glaube ich, dann Ricky dem Hector erzählt, dass, äh, das so der See ist, wo Bella sich vorgestellt hat, hinzugehen. Hm, deswegen heißt das Kapitel auch Close to the Sky, weil das, ähm, war ja genau ihre Worte. Und, und ich glaube, dann sagt er ihm auch, dass er die ganze Zeit im Rucksack eben die Asche von Bella dabei hat. Nee, 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 das sagt er ihm nicht. Das zeigt er nur dem Zuschauer. Denn dann ist, ähm, Hector sehr abweisend und sagt, erzählt nämlich ihm dann die Geschichte, dass das Unsinn sei, ähm, ähm, dass eben Bella so, ähm, so ein gutes Herz hatte und eben so für die hoffnungslosen Fälle da wäre. Und das wäre der Grund, warum er, äh, ihn, äh, warum sie ihn denn überhaupt aufgenommen hat und auch Hector selbst, weil der auch so ein hoffnungsloser Fall sei. Ich glaube, der wurde, war mal im Gefängnis wegen Totschlag. Ist Manslaughter Totschlag? Genau, genau. Ja, Totschlag. Und, äh, deswegen ist das auch ein bisschen prekär, dass er da jetzt eine Fahndung nach ihm ist, weil dann würde er sofort wieder zurückwandern in den Baum. Stimmt, das kommt später erst, dass er ihm, äh, die, die Asche zeigt. Weil dann, er packt sie, will sie nämlich auspacken und packt sie dann wieder ein, als Hector so abweisend ist und dann sieht es der Zuschauer, dass er die die ganze Zeit mitnimmt. Also ich hatte es da, ich hatte es da erst gemerkt, ich hatte das vorher gar nicht mitbekommen, dass er die eingepackt hatte oder so. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Du hattest das ja eben gesagt, aber egal. Also hier, hier wusste ich auf jeden Fall. Es war für mich irgendwie klar, dass, weil er, ähm, weil Hector ja die, den Aschenkarton in diesen Umzugskarton zugemacht hat und, und Ricky so sagte, wie, du willst die jetzt einfach hier, hier verstauen? Weil er hatte ja schon den Plan, ähm, sie dahin zu bringen, wo er, wo sie hin wollte. Ja. Genau. Ja, und da kommt, ich glaube, dann kommt so einer dieser, dieser Spots mit der Fahndung, was du eben meintest, wenn Paula von, vom Jugendamt im irgendwie Morgenfernsehen ist und, ähm, so richtig wieder vom Leder lässt, he's a real bad egg. Und was er alles gemacht hat und dass er ein Monster ist und wir werden ihn finden und, und die Hosts von dieser absolut harmlosen Morgensendung total ratlos sind, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Stimmt. Ja, das ist dann immer so die, die, die Behandlung, also man sieht dann immer so, wie diese Fahndung weitergeht und man sieht die ja auch dann manchmal durch den Wald laufen und sowas, wie sich das immer weiter zuspitzt und es werden immer mehr, das hast du ja schon gesagt. Die Waffen werden immer größer. Kriegen dann ja Hubschrauber und Sondereinsatzkommandos und so weiter. Ja. Dann kommen sie wieder zu einer Hütte, die beiden, oder? Nämlich zu, ja, wieder so zu so einer Wildhütte. Ja, und sehen vorher noch irgendwie einen vom Aussterben bedrohten Vogel oder einen aus ausgestorbenen, gedachten Vogel. Ja. Der so einen besonderen Schrei macht. Ja. Ich glaube dann, wir wären berühmt, wenn wir nachweisen können, dass es diesen Vogel gibt. Ja, das ist, ich glaube, das wird dann zum Ende des Films so ein bisschen wichtiger als ein Aufhänger, aber viel Bedeutung hat das jetzt. Das ist, glaube ich, glaube ich nicht. Der Huja, so heißt der Vogel. Genau, das ist dann so die, so rundet sich das nachher ab. Genau, aber mehr bedeutet. So eine Art MacGuffin, oder? Ja, ja, es ist noch zu wenig für einen MacGuffin. MacGuffin wäre es, wenn es irgendwie den ganzen Film tragen würde, so als. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ich habe gerade noch gelesen, das fand ich auch noch sehr witzige Szene. Das kam eben schon direkt, nachdem sie aus dieser Hütte raus sind. Und dann sagt, glaube ich, Ricky kurz, was machen wir jetzt? Und dann sagt Hector, we run. Und dann rennen sie los. Und wenn sie ungefähr zehn Meter gerannt sind, merkt Hector, dass er gar nicht laufen kann mit seinem Bein. Und Ricky schon völlig außer Atem ist. Und dann sagen sie, okay, genug gerannt, wir gehen weiter. Ja, war das dann eine Herr-der-Ringe-Referenz? Die Herr-der-Ringe-Referenz? Wahrscheinlich nicht. Nee, die Herr-der-Ringe-Referenz. Aber die rennen ja auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob die, genau, ich weiß nicht. Ja, das ist dann so ein bisschen wie, genau, das wäre ja dann in Rohan, aber das meinte ich nicht. Es gibt eine ganz klare Herr-der-Ringe-Referenz, weil, ich weiß nicht, ob die hier kommt, aber könnte schon sein. Und dann plötzlich sehen sie nämlich diese Spezialtruppen anrücken, die auf dem Weg entlanglaufen. Und dann gehen sie in Deckung unterhalb dieser Böschung vom Weg. Wie bei die Gefährten, wenn die Nazgul kommen. Ah, ja, stimmt. Und dann sagt Ricky zu Hector auch irgendwas, was Hector nicht versteht. Und macht dann so ein Symbol, als würde er den Ring auf den Finger stecken. Und als sie dann weg sind, dann fragt Hector nämlich noch, und was hast du denn da eben gemeint? Das war genau wie beim Herrn der Ringe. Stimmt, ja. Und während des Films in dieser Szene dachte ich eben auch, ah, das ist ja wie aus Die Gefährten. Und dann fand ich es nochmal lustiger, dass Ricky Baker eben am Ende sagt, das ist wie im Herrn der Ringe. Genau so ging es mir auch. Ja. Womöglich war das ein und dieselbe Stelle. Das könnte sogar sein, ja. Dass das dann die ganz großen Fans sogar noch als Fanservice so verstanden haben. Ja. Und dann treffen sie auf diese neue Hütte, wo sie erstmal testen, ob überhaupt jemand drin ist, indem sie einen Ast auf das Wellblechdach werfen, was eigentlich eine ziemlich gute Idee ist, weil dann kommen bestimmt die Leute raus, wenn welche drin sind. Es sei denn, sie können nicht rauskommen. Ja. Es sei denn, sie liegen da wie tot. Wie tot. Wie into the wild, der Typ. Keine Ahnung mehr, wie der hieß. Aber der hatte keine Ahnung von der Wildnis. Und ich schätze mal, der Ranger, den sie hier finden, der hat schon Ahnung von der Wildnis. Genau. Wildnis. Weil erstmal findet ihn Ricky und schreit und er denkt, er ist tot. Und dann macht er so ganz. So ganz übertrieben irgendein Geräusch, dass er noch atmet. Und ja, dann sagt, also irgendwie hat man auch hier wieder das Gefühl, dass Hector genau weiß, wo sie sind, weil er sagt dann, hier, da ist ein Pfad. Das ist eine Stunde runter bis da und dahin. Und da muss jetzt einer von uns hingehen und der andere muss auf den hier aufpassen. Und dann sieht man als nächstes nur einfach, wie Ricky wegläuft. Viel Glück. Ja, genau. Ricky schlägt sich da mit Tupac in den Busch. Ja. Und das, was er vor ein paar Tagen nicht geschafft hat, schafft er ja hier. Er kommt sogar am richtigen Ende des Busches aus. Richtig. Und findet Hilfe. Das war so ein bisschen psychedelisch, fand ich alles, diese Szene mit der Reiterin, oder? Ja, auch so ein bisschen dieses Traummäßige. Ja. Die kommt ja auf dem Pferd angeritten. Genau. Mit ihren langen Haaren, die sie dann, es kommt später ja nochmal. Und Kahu heißt sie, glaube ich. Und das ist eine Maori und die wohnen halt irgendwo da in, auch quasi in der Wildnis in so einem kleinen Dorf oder einer kleinen Siedlung. Und die nimmt ihn dann mit nach Hause, damit er da jemanden anrufen, um Hilfe rufen kann. Weil der Ranger ist ja in Lebensgefahr und dann wird da um Hilfe gerufen. Genau. Dann beginnt auch schon nochmal ein neues Kapitel. Kapitel 7. A normal life. Weil er jetzt so in einem normalen Haus wiederlebt für eine Nacht. Ja. Und Würstchen isst. Ja. Denn da kommt, ich glaube, das ist der große Bruder von Kahu. Oder ihr Vater sogar. Ich weiß es nicht. Das ist ihr Vater. Das ist ihr Vater. Okay. Ja. Ihr Dad ist eben auch total verrückt. Und ist ein Fan von Ricky und macht mit ihm dann erstmal Selfies und dann sagt er, okay, jetzt verzieht er sich eigentlich wieder. Ich glaube, der kifft auch den ganzen Abend. Ja, vor allem, nachher gibt es doch diese Szene, wo sie Gitarre spielt und die Kamera ist die ganze Zeit nur auf den beiden, wie sie sich unterhalten. Und dann zoomt die Kamera aus. Der Vater auch noch daneben. Und Groove mit der Kamera. Also in dieser Szene erzählen, ich weiß gar nicht mehr, worüber sie reden. Ich glaube, die reden über Rikis Mutter oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht mehr. Also auf jeden Fall eine schöne, heile Welt ein bisschen mit Würstchen und Musik und schönen Frauen, die von hinten angestrahlt werden, während sie im Slow-Mo ihr Haar schütteln. Das passiert da ja auch nochmal. Und ja, und dann wacht Ricky am nächsten Morgen auf und ist total in Panik, weil er sollte ja eigentlich zurück. Genau. Und rennt dann auch wieder zurück. Genau. So schnell, wie er kann. Erst auf dem Pferd und dann zu Fuß. Und dann kommt auch wieder so eine... Und kommt aber zu spät, ja. Genau, dann sieht er, dass die Hütte schon umstellt ist, dass die Behörden dort sind. Und dann hat er auch wieder so ein Feuerwerk an One-Linern, unter anderem Ninjas. Stimmt, er hat ja für alle da einen speziellen Namen. Genau. Auch für die Suchhunde und so weiter. Helfet mir gar nicht mehr ein. Bestimmt Walks oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwie so Höllenhunde oder sowas. Ja, Hellhounds. Und diese SEK, ich weiß nicht, wie die da ist, die Sondereinsatzkommandokräfte, diese maskierten, schwarzen, sind die Ninjas. Das sind die Ninjas. Und Hector ist... Dann schlägt er sich ja wieder in die Bücher. Genau, weil Hector ist offensichtlich weg. Zumindest war er da nicht zu sehen. Er ist wahrscheinlich abgehauen, weil der Junge ja nicht da war. Und dann ist er erstmal eine Weile alleine wieder unterwegs. Und denk genau an das, was du eben aufgezählt hast. Wenn man nicht weiß, wo man ist, dann Wasser suchen und Übersicht verschaffen. Genau, das macht er. Ich glaube, die finden sich da noch nicht wieder. Wenn er alleine ist und durch den Wald irrt, wird er auf einmal konfrontiert von Paula und dem Polizisten. Die auf der anderen Seite. Die stehen ja auf zwei Seiten von so einer kleinen Schlucht oder so. Genau, ja. Stimmt. Und dann versucht sie ihn wieder nach Hause zu locken, indem sie eine Packung Nüsse auspackt oder so. Ja. Und er sagt noch, I will find you and I will get you. I'm like the Terminator. Ja. And you are like Sarah Connor. In the first part, not the second, where she could do with chin-ups. Ja. Und dann sagt wirklich jemand, naja, nee. Und geht halt weg einfach den Weg. Und dann versuchen die durch diesen Graben zu kommen. Und der Polizist stürzt einfach ab und ist komplett aus dem Bild verschwunden. Der hat nicht nur Wortkomik, der Film, sondern auch diese, weiß nicht, ich nenne mal das physische Komik. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch so eine kleine Rolle, dieser Polizeigehilfe. Aber der ist einfach so lustig. Ja, und dann findet er, weil er sich den, den, den Rad mit dem Wasser eben zu Herzen genommen hat, findet er irgendwann Vic, ach Quatsch, Vic, Heck wieder. Heck wieder. Der steht dann so im Fluss irgendwie weiter oben und winkt, winkt ihm zu. Und schlagen die beiden sich zusammen durch den Wald und finden wieder, oder treffen wieder einmal auf die drei Jäger, die sich schon an der Schütte ausgenommen hatten. Hätte ich ganz vergessen. Die sitzen jetzt diesmal auf einem Camp. An einem Camp. Ja, und nehmen ihnen wieder die Waffen ab und fragen, was habt ihr sonst noch im Rucksack? Ja, und nur das und das und Duct Tape. Und bei Duct Tape dachte ich, oh, okay. Werden sie da wohl gefesselt. Ja. Ich glaube, man sieht dann auch immer wieder, wie sie hinterher von den Behörden befreit werden. Also, dann hier auch. Und da, da auch, ähm, sagt irgendwie, ah, you are the fugitives oder sowas sagen die Jäger und, ähm, ich glaube, Ricky sagt dann, no, we are the wilder people. Mhm. Und prägt da, oder Coint da, prägt da den Namen, dass sie eben die, die wilden Kerle sind. Ja. So, ähm, wir haben vergessen, das Kapitel zu wechseln, oder? Wo hat er? Jetzt noch ganz schnell tun. The Neck. The Neck, das war doch auch so eine, ein Begriff, der irgendwo eingeführt wurde, was The Neck heißt. Das war irgendwie sowas wie Bauernschleue, oder? Wie, wie man, wie man irgendwie intuitiv in der Wildnis zurechtfindet, dachte ich. Kann sein, keine Ahnung. Heißt auf jeden Fall sowas wie Geschick, Talent. Ja. Fertigkeit. Ja, weil da weicht Ricky in diesem Kapitel, da ist er noch allein, auch immer wieder den, Ninjas aus. Für ihn ist das ja auch, glaube ich, so eine Art, ein bisschen Spiel. Aber er nimmt das nicht mit dieser ganzen Ernsthaftigkeit der Lage hin. Obwohl für ihn ja auch viel auf dem Spiel steht. Denn wenn, wenn er zurückkommt, dann geht er direkt in den Jugendknast. Mhm. Und dann kommt dieser Encounter mit dem Wildschwein, oder? Ach, ja. Denn sie kommen dann irgendwie an so eine Schlucht, an so ein bisschen Vertiefung, wo Wasser ist. Und die Hunde rennen los, weil sie auf einen Wildschwein treffen, was ein richtig großes Wildschwein ist. Das könnte schon fast ein Elefanten-Wildschwein sein. Und die Hunde hören nicht mehr und greifen das an, das Wildschwein. Ja, also dieser Riesenkeiler. Das war so ein halb Animatronic, halb CGI-Gerät, oder? Ich glaube auch, das sah ein bisschen wie eine Puppe aus, ja. Und der ist auch auf dem Titelposter, wie man es auch immer nennen will, das, entweder das oder das tote Wildschwein vom Anfang an, oder das, was Bella getötet hat. Auf jeden Fall ist, sieht man auf dem Poster, Ricky Baker und Heck und dann ein Wildschwein. Und die gucken alle nach rechts oben an zu irgendeinem Punkt. Ja. Ja, leider wird Sig von dem Wildschwein getötet. Sig ist der Hund von Heck. Von Hector, ja. Und die beiden kommen ja, also langjähriger Hund, so gut wie die zusammengepasst haben. Und dann bleibt nur noch Tupac. Ja, Moment, noch ein bisschen mehr. Also erstmal rettet ja dann noch Ricky überhaupt Heck, weil das Wildschwein ja auf ihn zuläuft. Und dann erschießt er nämlich, erschießt er das Wildschwein kurz vor ihm und das rutscht dann noch so bis vor seine Füße. Und dann, der Hund ist ja nicht tot, sondern schwer verletzt, deswegen erschießt Hector den Hund dann selbst. Genau. Und dann begraben sie den Hund. Ja. Und Ricky bekommt so eine Art Talisman, nämlich einen Hauer von dem Schwein als Kette. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ich denke, dass der es hier bekommt, entweder bekommt er es hier oder er hat es früher schon, als Bella ihm das gegeben hat. Aber es würde mehr Sinn machen, dass er es hier kriegt, weil er ja mit seinem zielgerichteten Schuss ins Auge, glaube ich sogar, den Keiler umgebracht hat. Ja. Und dann ist natürlich Hector sehr down, weil er ja um seinen Hund trauert. Und dann kommt nochmal die Szene mit der Asche. Weil dann kommen sie an so einen See oder an so einen Wasserfall, an so einen kleinen, auch eben wieder weit oben. Und dann will ihn, glaube ich, Ricky aufmuntern, indem er ihm dann die Asche von Bella gibt, damit er da abschließen kann. Ja, und ich glaube, da ist auch so der Wendepunkt, weil die beiden sind ja jetzt die ganze Zeit nur auf, ja irgendwie auf der Flucht, aber auch versuchen irgendwie noch so wieder, oder Hector versucht es auf jeden Fall wieder noch so hinzubiegen, dass die wir zurück ins Leben kommen. Irgendwann müssen sie ja zurück ins Leben kommen, damit er seiner Wege gehen kann und Ricky seiner Wege gehen kann, dass die beiden sich drängen kann. Aber ich glaube, an dem Punkt, wo er halt merkt, dass Ricky ganze Zeit die Asche mit rumgetragen hat und dass es ihm auch darum ging, eben den Wunsch zu erfüllen, sie da zurück in die Natur zu bringen, dass er da merkt, an dem Jungen ist doch deutlich mehr dran. Ich meine, das hat er jetzt schon die ganze Zeit auf der Reise durch den Busch gemerkt, aber ich glaube, das war so dieser Wendepunkt, ja, der Schlussendliche, wo er dann akzeptiert, ich mag den Jungen doch, auch wenn jetzt mein Hund tot ist, und ich will eigentlich den Jungen bei mir behalten. Und dann fassen sie ja auch mehr und mehr den Plan, dass sie jetzt wirklich auch über den Winter, denn es steuert alles stark auf Winter zu, in der Wildnis bleiben und den Heschern ausweichen und ihnen entkommen. Und dann sieht man ja, wie ist so eine Montage, glaube ich, wie sie sich Sachen zusammenklauen aus Hütten von anderen Wanderern und so weiter, um sich winterfest zu machen. Und man sieht dann auch, wenn schon Schnee liegt, sieht man so eine Rundum-Kamera-Fahrt und die fand ich ein bisschen schlecht gemacht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, die war irgendwie wie so ganz, so ein stotterndes Bild, hatte ich das Gefühl, also es war sehr niedrige Frame-Rate, dieser Kameraschwenk. Und das war nicht von den beiden, sondern von den Verfolgern. Da hat man die Verfolger gesehen. Ja, das war aber ja erst beides. Also am Anfang hat man ja die beiden durch das Bild gehen sehen, links rein, rechts raus und dann schwenkt die Kamera zu einem, eigentlich ja demselben Ort, wenn die Kamera sich wirklich nicht bewegt, sondern sich nur einmal im Kreis dreht. Aber es wird so gemacht, als wäre es eben ein komplett anderer Ort, wo wir sonst sind. Achso, genau. Wenn die Kamera einmal die 360 Grad gemacht hat, dann durchlaufen eben die Verfolger wieder genau denselben Parcours. Ich fand das eine richtig tolle cinematografische Sache. Kann natürlich sein, ich weiß ja, dass du viel krassere Hardware hast zum Filmschauen als ich. Ich habe es in normal SD geguckt. Bei mir war es jetzt nicht so stotternd. Ja, ich konnte mich gar nicht so richtig auf den Inhalt konzentrieren, weil ich das Gefühl hatte, dass die Bildrate so gering war, dass der Shutter vielleicht kaputt war von der Kamera oder sowas. Aber vielleicht war es auch Absicht, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber ich fand das eine sehr cool gemachte Szene. Das meintest du eben, als du meintest, wo die Bilder dann ineinander übergehen, oder? Ja, dass das so ein bisschen ähnlich ist wie am Anfang, wenn Ricky alleine im Busch unterwegs ist. Und da auch diese Montage ist ein bisschen, wo er sich verläuft. Nur hier ist das absolut das Gegenteil. Die irren nicht durch den Busch, sondern gehen den Weg, den sie gehen wollen. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon im neunten Kapitel. Turn in tight. Ja, ich glaube sogar, den ganzen Winter überstehen die, oder? Die kommen dann ja jetzt irgendwann wirklich zu Psycho Sam, also dem... Dann ist ja kein Schnee mehr, gell? Dem sprechenden Busch. Und ich glaube, da ist dann schon Frühling. Glaub auch. Oder Ende Winter. Ja. Da muss ich so an Monty Python denken. Ich weiß nicht. Als der auf... Strawberry. Ja, genau. Weil dann kommen sie eben zu diesem... Sie sehen erst dann kurz so... Man sieht erst nur den Busch, und dann sieht man, wie der Busch läuft. Aber manchmal dreht er sich auch um, und man sieht, dass es ein Mensch ist. Dann stellt er sich wieder um, und dann ist es wieder nur ein Busch. Und sie gucken sich so ein bisschen fragend an. Und dann kommt er mit ihnen ins Gespräch. Und sagt, dass er... Wäre das auch... Keine Ahnung. Er nimmt sie dann irgendwie mit nach Hause in seinen Trailer. Ja, und er gibt ihnen Kochtöpfe oder irgendwas für die Köpfe, damit... Sie sich selbst... Damit die Regierung sie nicht ausleuchten kann. Genau. Und gibt ihnen dann Hashcakes. Hash Cookies. Also er gibt ihnen Kekse, und dann merkt Heck, was das ist, und nimmt Ricky den Keks sofort wieder weg. Ja, tut sich irgendwie unter die Matratze, weil du darfst im Irrenjahr nicht zeigen, dass es ein Essen verschmäht. Ja, aber denen scheitzt er ja ein bisschen ganz gut zu gehen. Außer das, was Heck... Ach Quatsch, Heck. Was Psycho Sam da kocht, der kocht ja allen... So was, was irgendwie in einer Kinderserie eine Hexe kochen würde. Wenn da dieser flüssige Stickstoff aus dem Kessel herauskommt, irgendein Schuh drin ist oder so. So sieht die Suppe aus, die der Psycho Sam zusammen mischt. Also der mischt da alles Mögliche in den Kochtopf rein. Und dann liegen sie nachher im Hochbett und ich weiß gar nicht mehr, was die sich da erzählen. Da geht es nochmal um so ein Haiku und dass Ricky jetzt irgendwie ein Haiku gemacht hat, wo Heck drin vorkommt da. Stimmt, stimmt, weil Ricky hat in der Erziehungsanstalt oder wo auch immer gelernt, seine Gefühle in Haikus auszudrücken. So eine Art Coping Mechanism, dass er nicht wieder anfängt destruktiv. Also seine Energie, destruktive Energie zu nehmen und anstatt Sachen anzuzünden oder so Haikus zu machen. Und irgendwann in dem Buch, in dem Film meine ich, macht Heck dann auch ein Haiku. Der macht mehrere Haikus. Einmal eben, wo er Ricky runter macht und am Ende, glaube ich, einen schönen Haiku. Genau. Und das ist hier an der Stelle. Ah, aha. Und dann wird das nochmal so ein bisschen lustig gebrochen, weil der Irre mit Klatschen versucht, das Licht auszumachen, während die anderen die Kerzen auspusten und es geht natürlich nicht. It's broken. Ja. Ach ja, genau. Aber irgendwann kommen dann ja die Polizisten an, denn davor, wo wir ja schon dabei waren, größere Waffen und krassere Technologien, gibt es ja irgendein technologisches Gerät, was Handys mit Triangulation oder was auch immer lokalisieren kann. Und das wird eingesetzt, denn Psycho Sam hat das Handy von, ich glaube, Ricky oder so genutzt, um irgendwas zu machen oder wir geladen oder so. Und dadurch haben die Polizisten sie halt gefunden. Genau. Und Ricky findet Zizi, während er um den Trailer läuft. Und dann versuchen die zu fliehen und Psycho Sam sagt, I know, we play dead. Und dann kommt dieses, oder wir können durch die unterirdischen Tunnel fliehen. Klappt so eine Klappe auf, oh, ich habe sie noch gar nicht gebuddelt. Verdammt. Ja, und dann hat er noch einen Vorschlag und man denkt schon, was ist das denn jetzt? Sondern ist es ein Pickup-Truck. Ja. Krumpy the Truck, so ein roter Pickup-Truck, in dem dann Ricky und Heck fliehen, während Psycho Sam sich wieder tarnt als Busch, um nicht gefunden zu werden. Genau. Und den kann Ricky sofort kurz schließen, den Truck. Und dann fragt ihn Heck noch, wer das Auto so schnell anbekommen hat. Und dann sagt nämlich Ricky the Neck oder sowas als Antwort. Ja, und dann gibt es die Blues Brothers-Omarsch-Verfolgungsjagd. Genau. Chapter 10, War. Und das ist diese Szene, also sie springen ja dann durch so Büsche durch. Man sieht auch doch irgendwo, wo sie mit dem Truck über so eine Straße springen, während so ein Typ die ganze Zeit ein Motiv sucht mit seinem Foto, dreht sich gerade rum und dann springt hinter ihm das Auto über die Straße. Also das, ja, das, ich glaube, das hat mich alle so sehr an 80er Jahre erinnert. Und was du jetzt mit Blues Brothers meinst, das ist sicher, dass in der Wüste, dann kommen sie irgendwie in so eine Wüste und dann sieht man am Horizont ganz viele Lichter, die nebeneinander, also ganz viele Autos, die nebeneinander herfahren. Und das hat mich sehr an Blues Brothers erinnert, weil die ja dann auch mit ganz viel Polizeiautos hinterher verfolgt werden in dieser Wüste. Und die haben da ja jede Menge Polizei und Jäger und so weiter alle im Schlepptau, denn es gibt ja mittlerweile ein Kopfgeld und das wollen sich ja einige Leute verdienen und fahren dann auf so eine Polizeibarrikade zu. Und Polar hat inzwischen so ein... Es ist sogar Militär jetzt am Start, weil sie in einem militärischen Sperrbezirk sind. Aha, okay. Ja, und sie fährt ja wirklich mit Helm und Megafon rausschauend auf so eine Art, keine Ahnung, das sind nur Panzerwagen, oder? So Radpanzer, genau, gepanzerte Fahrzeuge. Und versucht sie halt zur Aufgabe zu bewegen und Ricky wendet dann, macht einen 180 mit dem Truck und fährt den anderen entgegen, die dann ausweichen. Und da kommt es dann nicht da, aber irgendwo in dieser ganze Verfolgungsjagd kommt es halt auch zu diesem typischen, ein Auto fährt über so eine halbe Rampe und dreht sich dann in der Luft und landet krachend auf dem Kopf. Ja, vor allem das typische Polizeiumfälle. Ein Polizeiauto fährt über das andere drüber. Ja, genau. Also so 80er Jahre. Und dann fahren die auf den Schrottplatz. Ja, genau, dann durchbrechen sie da irgendwie noch das Tor. Vorher schreit Hector noch, er will jetzt gerne aussteigen, weil Ricky fährt ja. Und Ricky fährt aber dann durch dieses Tor im Schrottplatz und dann überschlagen die sich. Und Ricky krabbelt dann, also beide krabbeln aus dem Auto raus. Und Hector ist jetzt soweit aufzugeben, weil er sagt, er kann nicht mehr laufen und er kann auch kaum noch was sehen. Ja, das akzeptiert Ricky aber nicht und sagt dann, er molested me und reitet den Hector wirklich in die Scheiße. Weil natürlich wird keiner Ricky glauben, wenn er sagt, nee, nee, es ist nichts passiert am Ende. Und einer der Jäger versucht so eine Art Zangenbewegung oder sowas zu machen und eben Hector ins Visier zu kriegen, hat anscheinend noch im Kopf Dead or Alive. Und das ist halt auch so, das ist so ein klassischer Filmtrope, wenn dann noch irgendein belangloser Schurke einen der Haupthelden umlegt. Wahrscheinlich noch in Slow-Mo oder sowas. Versucht umzulegen, oder? Oder meinst du wirklich umliegt? Auch wirklich. Ach so, okay. Dass das halt so ein klassischer Filmtrope ist, dieser nochmal tragische Tod, der eigentlich unnütz gewesen wäre, weil er war ja auch unnütz. Ja, verstehe. Und der wird hier in dem Film halt genommen und komplett umgeschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil dann der Polizeigehilfe von Paula, der merkt, dass sich dieser eine Jäger so ein bisschen aus dem Staub macht. Und dass er ein Gewehr hat. Anfängt. Und sein Gewehr hat, genau. Und folgt ihm dann und ja, bodycheckt ihn dann einfach, bevor Hector erschießen kann. Ja. Dafür schießt Ricky Hector in den Arsch. Genau. Versehentlich natürlich nur. Ja. Apropos schießen, da fällt mir gerade noch ein, als sie die Jäger ja zum zweiten Mal gestellt haben, sagt er, sagt er, ich glaube Hector, Shit just got real again. Auch super, super One-Liner. Und jetzt wird Hector eben mit dem Polizeiauto abtransportiert und dann ist die, ja, ist das Abenteuer zu Ende und man sieht dann so die Gerichtsverhandlung. Und ich glaube, jetzt sind wir schon im Epilog, denn das gibt kein elftes Kapitel, das ist dann der Epilog. Genau, ich glaube, da wird jetzt nochmal zusammengefasst, wie sich das Ganze noch zum Guten wendet, weil da kann es ja jetzt nicht enden, dass Ricky ins Jugendknast kommt und Heck in den richtigen Knast. Denn es ist tatsächlich so, im Gerichtssaal oder wie auch immer man, ja, man nennt es Gerichtssaal, adoptiert Kahos Familie, also da, wo er übernachtet hat, Ricky. Und Hector muss tatsächlich Strafe im Knast absitzen, kommt dann aber nachher in so eine Art, weiß nicht, Resozialisierungsheim oder irgendwie sowas. Für mich war das gar nicht so ganz klar, ob er dann eine Strafe absitzen muss oder ob das untersuchungshaft war und dann wieder direkt freigelassen wird. Ah, okay, ja. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, es war wahrscheinlich nicht lange, wenn. Aber ich hatte den Eindruck, dass eben Ricky dann schon längere Zeit bei der Familie gelebt hat. Ja, vielleicht war es noch ein paar Jahre oder ein Jahr oder so. Genau, wenn sie ihn da besuchen kommen. Ja. Und da lernt er schon lesen. Genau. Und dann macht Ricky erstmal dieses Geräusch von diesem angeblich ausgestorbenen Vogel. Kaka! Was Hector aufhorchen lässt und dann, ja, unterhalten sie sich da eben auf der Treppe. Und eigentlich will ihn Ricky dazu überreden, dass sie wieder losziehen. Ja, denn sie müssen ja auch diesen Vogel finden. Ja. Und er erzählt ihm eben auch, dass Kahus Vater diese Farm hat und da können sie Leute gebrauchen, vor allem welche mit seinem Wissen auch um Wildnis und Natur und so weiter. Und schließlich willigt er ein und sagt dann nur noch so, ja, let me get my toothbrush. Weil es so ziemlich das Einzige ist, was er noch besitzt. Ja. Und damit ist die Familie komplett. Ja, und dann endet das Ganze nochmal mit dem Ricky-Song. Ricky Baker. Ricky Baker. Während die beiden sich in den Busch schlagen, um eben den Vogel zu finden. Diesmal bewaffnet nicht nur mit Gewehren, sondern auch mit Fotoapparaten. Und die Kamera, ja, fährt dann so dieses typische herausfahren und in den Himmel fahren und ein größeres Bild vom Busch zeigen. Und dann spielt die Musik ein, wie du sagtest. Ja, und dann sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Toller Film. Krass, wir haben bestimmt länger geredet, als der Film lang ist. Der dauert irgendwie eine Stunde 40. Ja, und ich habe auch gerade eine Stunde 45 auf der Uhr. Also ein paar Minuten werden ja vorne noch weggeschnitten. Also wir sind ungefähr so lang wie der Film. Minute by Minute. Sollte ja auch nur kurzer Podcast werden. So ist das immer. Ja, aber schöner Film. Also von mir eine absolute Schauempfehlung. Ja. Der hat mich, wie man im Englischen so schön sagt, taken by surprise. Ich hätte da auch nie, ich habe den nirgendwo auf dem Schirm gehabt und wusste nicht, dass es diesen Film gibt. Also von daher vielen Dank für den Hinweis. Habe ich gerne geguckt. Sehr schön. Sehr schön. Und ist jetzt, das haben wir glaube ich gar nicht gesagt, ich glaube von 2016 ist er. Genau, 2016. Und hat auf IMDb eine 7,9. Ja, aber auf Rotten Tomatoes hat er eine, ich glaube 98 Prozent. Wow. Auf dem Tomatometer oder Audience Score? Tomatometer. Wilder people. Auf Rotten Tomatoes 97 Prozent, Tomatometer 91 Prozent Audience Score. Das ist sehr ungewöhnlich, dass beide Werte gleich, fast gleich hoch sind. Unterstreicht die Güte dieses Films. Ja. Und das ist halt wirklich ein Film, wo ich, ich kenne ihn noch nicht lange. Ich habe den wirklich wahrscheinlich so seit 2017 oder sowas auf meiner Watchlist. Bin nie dazu gekommen, den mal zu gucken. Und ich bin sehr froh, da ich das jetzt gemacht habe. Na gut, Shit got real. Shit got real again. Das habe ich oft gedacht bei dem Film. Weil in jeder Szene passiert irgendwas Neues, Verrücktes. Vielen Dank. Finde ich gut, dass wir es noch gemacht haben, auch als die beiden Leftovers. Als die beiden Leftovers, genau. Und ich hoffe, es hat allen Zuhörenden gefallen. Vielleicht sind ja sogar die restlichen Kurzwellen, Zylonen und Zahlensenderjungs mit dabei. Ja, und vielleicht werden ja Leute ermuntert, auch mal einen Film zu gucken, den man sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Das ist ja genau das Ziel dieses Senders. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel auch... Donkey Schrotte. Nee, ich wollte eigentlich sagen, Indiana Jones. Writers of the Lost Ark gemacht. Damit den auch endlich mal jemand guckt. Gut, dann vielen Dank. Und danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr alle. Rickey, Peika. Rickey, Peika. Rickey, Peika. Rickey, Paper. Rickey, Baker. Rickey, Krieker. Rickey, Beika. Hip-Hop! Hooray! Bis zum nächsten Mal.